Und hier geht es jetzt weiter mit den Nachrichten und Gundula Gause. Und direkt danach ein weiteres ZDF-Spezial zum Krieg in der Ukraine. Wir informieren Sie darüber hinaus über alle aktuellen Entwicklungen online auf ZDF heute. Tschüss. Und wir müssen damit kritisch und behutsam umgehen. Diana Zimmermann, ZDF, London. Vincent van Gogh, ein Ausnahmekünstler zwischen Genie und Wahnsinn. Ein Leben voller Tragödien, Dramen und unglaublichen Werken. Lang verkannt ist er heute einer der berühmtesten Maler der Welt. Terra X, Sonntag 19.30 Uhr im ZDF. Ein schwerer Schicksalsschlag. Ich fürchte, dass eine Welt für Lucy zusammenbricht, wenn sie hört, wie es um ihren Papa steht. Ich habe doch nur noch ihn. Ich weiß. Zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Wir schaffen das. Frühling, Sonntag 20.15 Uhr. Guten Tag, meine Damen und Herren. 12 Uhr. Die Heute-Nachrichten mit einer aktuellen Zusammenfassung aller Ereignisse. Der russische Angriff auf die Ukraine hat weltweit...